Kleriker. Kann er nicht einfach gehen? Also nur wir wissen ja eigentlich, dass er der Kleriker ist. Ah. Und warum sollte ich ausgerechnet dir bei dieser Sache helfen? Die Sache mit den Waffen ist noch nicht vergessen. Willst du für seinen Tod verantwortlich sein? Hm. Gut, das ist natürlich auch nicht in meinem Sinn. Vor kurzem ist eine Karawane losgezogen, um einen Setzling in das unbekannte Land zu tragen. Ich werde dafür sorgen, dass er einem Trupp Nachzügler zugeteilt wird, die bald aufbrechen. Warte hier einen Augenblick. So, ich habe alles in die Wege geleitet. Die Männer sind unterwegs. Danke. Schon gut. Ich habe einfach ein zu weiches Herz. Geh jetzt besser. Hm. Abgebrochen, abgebrochen. Falsche Lehren. Kann man nicht abgebrochene Quest noch sehen? Erlegte. Ne. Wieso habe ich schimmliges Brot? Anleitung, kleine Heiltrank. Nehme eins. Wasserflasche und kleinen Heilkraut. Ja, es ist jetzt... ...keine große Überraschung. Aber gut. Dann machen wir mal hiermit weiter. Ich hoffe, Bertram ist auch schon weg. Also, was heißt ich hoffe? Hoppala. Ähm. Sekunde. Sekunde, Sekunde. Da hat sich das Spiel in mir gehabt. Verrückt. Und deswegen sind wir da jetzt abgestürzt. Aber wir haben es überlebt. Aber im Moment, ich muss mir eben wieder hier... ...als zurechtschieben. Ist ja ätzend. Warum passiert so was? Ja. So. Okay. Jetzt sind wir halb tot. Nur weil... ...sie das Spiel minimieren musste, wenn man von der Krippe sprennt. Ich bin schon zu sehr an den Jetpack gewöhnt. Oh. Lass deine Technik lieber stecken. Sonst passiert noch jemandem etwas. Ah, mir nicht. Angrim sagte mir, hier soll eine Elex-Waffe liegen. Richtig. Was willst du damit? Er will, dass ich sie ihm bringe. Ah. Ich verstehe. Und wo genau ist sie? In meiner Hütte. Das wird er dir sicher auch gesagt haben. Kann sein. Du hast jetzt deine Information. Ich muss mich wieder anderen Dingen widmen. Aha. Gnesium-Fackel. Hammer. Hammer. Du wagst es hier zu stehlen? Ich. Genug. Unser Gesetz ist in diesem Fall eindeutig. Du hast mir doch selbst gesagt, wo ich die Waffe finde. Das habe ich. Aber ich habe kein Wort darüber verloren, dass du sie auch nehmen sollst. Und wenn schon. Angrim gab mir den Auftrag und den führe ich aus. Ja? Er gab dir auch noch etwas anderes mit auf den Weg. Ich verstehe nicht. Das wirst du bald. Folge mir. Hoffen wir für dich, dass er milde walten lässt. Wie? Du vergreifst dich also an unserem Eigentum. Niemandem ist es gestattet, vom Schlund Technik zu entwenden. Insbesondere, wenn es sich um eine Elex-Waffe handelt. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Du hast mir den Auftrag dazu erteilt. Und ich habe dich mit unserem Gesetz vertraut gemacht. Technik ist verboten. Und hat einzig und allein beim Schlund ihren Platz. Du wirst in Zukunft deine Taten besser hinterfragen, bevor du blindlings handelst. Höre nun mein Urteil. Du wirst dich in den Verbotenen Wald begeben und dort nach Rogar Ausschau halten. Ich habe schon lange nichts mehr von ihm gehört und befürchte das Schlimmste. Denk aber daran. Ich glaube an eine zweite Chance, nicht an eine dritte. Und Jorah, kehre zurück an den Schlund. Ich brauche dich nicht mehr. Verstanden. Die Schweine haben mich reingelegt. Na gut. Aber ja, hat er recht, wenn die Waffen verboten sind. Zeig mir deine Ware. Verstanden. Hast du irgendwas cooles, was ich benutzen kann? Ah, die macht einen Schaden mehr. Oh ja, die hier. Ein Schild. Pfeile. Oh, Pfeile sind günstig. Okay. Haben wir was zum Verkaufen? Nein, Kanada. Was haben wir alles an? Ne, dann eher nicht. Verdammte Technik. Ja, ja. Also, soll ich in den Verbotenen Wald? Warte. Verbotenen Tal. Das ist doch dann schon wieder eine Fangfrage, oder? Eine Fangfrage. So eine, so eine... Wenn das Tal doch verboten ist, dann darf ich da doch nicht rein. Na gut, man kann ja nicht darauf hinweisen, dass es dann... egal. Wegen des Klerikers. Die Predigten des Klerikers haben ein Ende gefunden. Warum sehe ich keine Leiche? Er hat Goliath verlassen. Meine Anweisungen waren deutlich. Er sollte gerichtet werden. Sein Tod wäre eine Abschreckung für andere gewesen. Aber so viel Weitsicht war von dir wohl nicht zu erwarten. Geh jetzt. Er ist ganz schön arschig. Aber gut, bevor wir jetzt in den Verbotenen Tal marschieren. Sowas hätte ich auch gerne. Eben hast du noch gesagt Scheiß-Technik. Kannst nicht mal entscheiden. Mal muss... Also, ich hau mich immer hier kurz hin, zu heilen. Und dann versuchen wir unser Glück irgendwie... aus der Stadt rauszukommen. Ohne direkt zu sterben. Vielleicht klappt es vom kleinen Lager aus besser. Hm, wir müssen nach Westen. Da ist Norden. Schau, dass die Minimap oben relativ nutzlos ist. Oh. Hier können wir wieder ein bisschen kämpfen. Ach, er rollt sich nicht weg. Wie ist denn die Abwehren? Oh. Abwehren kostet Ausdauer? Warte. Kommt, hau mal zu. Ja, Abwehren kostet Ausdauer. Aha. Und die Ausdauer regeneriert sich langsamer, wenn wir die ganze Abwehren haben. Wieder was gelernt. Gut zu wissen. Alles so Sachen, die man bei so schwachen Gegnern in Ruhe probieren kann. Diese Abwehrfunktion wahrscheinlich auch nur bei irischen Gegnern macht er einen Schritt zur Seite, wenn sie angreifen. Das ist ja so ein Vieh. Ähm. Na komm. Oh, keine Ausdauer. Oh, der kann auch immer nicht angreifen, Mann. Oh, der kann auch immer nicht angreifen, wenn sie nicht angreifen, wenn sie nicht angreifen, wenn sie nicht angreifen, wenn sie nicht angreifen können. Na ja, die Kämpfe sind schwierig. Aber auch da werden wir früher oder später besser werden. Oh. Ähm. Da möchte ich mal gucken, warum ist hier das Blut? Du bist wahrscheinlich nicht mehr so schwach, ne? Du bist! Die Fischer mag ich, den kann man schon ausweichen. Deswegen bringen sie wahrscheinlich auch nur 5 Erfahrungspunkte. Auch interessant, dass die Fischer so wenig Erfahrungspunkte bringen. Oh, bist du ein Bandit? Ich spreche mal eben. Es war alles eine verdammte Lüge. Sie haben abgelehnt, haben mich abgelehnt. Bitte, alle haben sie die Rettung versprochen. Wenn morgen die Welt brennt, erinnere ich mich heute an ihre Schönheit. Aha. Dich hole ich mir! Warum, warum? Hast du einen Totenkopf? Oh, hat er. Na gut, tschüss. Er hat schon viele Banditen hier unterwegs. Ah, aber der hat schnell das Interesse verloren. Finde ich gut, aber wir müssen da lang. Ich glaube nämlich nicht, dass es eine gute Idee ist, hier rein zu gehen. Ja, die kleine Ratte bringt 2 Erfahrungspunkte und die großen Fischer draußen 5. Okay, hier gibt es nichts zu holen. Da kann man gleich mal rüber gehen. Warte, leere Truhen? Von hier kamen wir doch, oder? Wird doch ganz die Scheiß angefangen. Ja, genau, hier haben wir einen auf die Schnauze zu bekommen. Ja, ja, ich erinnere mich. Ah, gut, hier ist der Bandit. Okay, wir kommen an ihm vorbei. Ich gehe mal hier links rum. Da ist ja so ein Vogelfieh. Das Vogelfieh. Aber das kriegen wir ja... Das Vogelfieh kriegen wir ja tot. Soll mal ein kleiner Beißer. Hm. Oh. Die Erschlag füllt deine Kombo-Leiste auf. Sobald du genug Kombo-Energie gesammelt hast, kannst du eine Spezialattacke ausführen. Ah. Ja. Das war gar nicht noch ein. Okay. Aber gut. Das ist die Kombo-Leiste. Ich habe mich schon gefragt, was das zu bedeuten hat. Okay. Und ein paar Pflanzen mitnehmen. Okay, hier ist ganz viel Blut. Unbrauchbare Verbands-Tasche. Hm-hm. Und die Ratte tut auch keiner was. Jetzt haben wir hier einen Krug. Hammer. Energiespeicher. Aber okay. Wir müssen immer noch weiter da lang. Und bis jetzt kommen wir ja ganz gut voran. Okay, hier hat jemand eine Brücke gebaut. Wer war das nur? Okay. 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 Okay, hier unten sind wir. Gut, gut. Ist das da nicht cool, jetzt? Das heißt, wir können immer hinmarschieren und gucken. Wie war das? Oh, was war das? Oh, was war das? Oh, was war das? Ach komm, was mach ich denn? So, wir haben einen Hechtrank. Das war's für heute. Irgendwie steigt diese Combo da, ist doch auch gar nicht, ne? Jack musst du dafür die ganze Zeit holen, oder? Ja, ist ja gut. Was ist das los mit dir? Auf einmal triffst du, oder? Ach ja. Uch. Oh, Ausdauer. Wie, du lebst immer noch? Boah. Was für ein nerviges Film. Oh, das ist ja gut.